einen wunderschönen guten morgen ich bin vor ein paar minuten aufgewacht dort vor dem balkon und ich bin aufgewacht habe den vorhang aufgezogen auf die tür aufgemacht und auf dem balkon und sehe sowas das ist das beste gefühl da bin ich sofort wach und es ist sehr sehr schön es ist jetzt schon voll angenehm warm und ich habe so gut geschlafen irgendwie also ich habe auch wirklich zehn stunden durchgepennt weil wir haben ja letzte nach nicht wirklich geschlafen und ja jetzt werde ich mich fertig machen und dann geht zum frühstück bin ich mal sehr gespannt ist ja voll verschlafen aus aber egal ja ich melde mich auch mal wieder wir haben bis gerade noch ein bisschen geschlafen weiß ich glaube jetzt kurz nach halb vier wären jetzt irgendwie anderthalb stunden fast geschlafen weil wir voll müde waren keine ahnung die wärme macht uns müde und das essen so viel wie ich heute und gestern hier beim essen gegessen habe so viel wie ich heute und so viel habe ich in der letzten woche insgesamt nicht gegessen also ich habe echt so zugeschlagen aber gut dazu ist man hier und dazu hat man ja all inclusive damit man auch gut zuschlagen kann ja das wollte ich eigentlich dazu sagen weil wir sind ja hier in so einem appartement aber wir haben trotzdem das ist so ein all inclusive appartement hotel und wir haben es jetzt gegen acht da sind leute deswegen gehe ich wieder rein da waren gerade leute ich bleibe jetzt hier drinnen und wir waren gerade beim abendbrot und heute abend gegen halb zehn führen sie hier das musical cats auf da wollte ich noch einmal gucken gehen weil heute werden wir dann doch mal länger wach bleiben da wir ja gestern sehr zeitig schlafen gegangen weil wir keinen schlaf hatten wie gesagt ich bin heute früh aufgewacht und mein erster blick war dieser da kann man nur gerne aufstehen ich bin noch zeitig aufgestanden weil wir jetzt so viel geschlafen haben und ich habe gerade gesehen die haben da eine hüpfbock für kinder aufgebaut auch gut übrigens was ich liebe ist es ich bin einfach ungeschminkt also was heißt ungeschminkt ich habe wimperntusche drauf und das war aus der rest ist mir scheißegal perfektes gefühl perfektes perfektes gefühl und jetzt werde ich auch noch ein bisschen lesen und dann mal gucken wie gesagt ich runter habe ich noch was zu erzählen nein eigentlich nicht ich hoffe meine vlogs werden interessant keine ahnung hallo ich melde mich auch mal wieder was ist heute habe ich mich jetzt von jahr so wir waren gerade beim mittagessen und jetzt wollen wir noch mal runter ans meer und ich wollte ein bisschen in den läden gucken mal gucken was ich finde ein bisschen werde ich filmen wenn ich es nicht vergesse aber ja übrigens das buch ist sehr sehr gut kann ich euch echt empfehlen für die sie so als auch so ein bisschen urlaubs mäßig und nicht sehr gut für meine sonnenbrille ich jetzt packe ich meine tasche und dann gehen wir runter an den strand beziehungsweise ja ich würde in den läden bummeln so wir sind gerade am strand und haben gerade lecker eis gegessen also ich das habt ihr ja wahrscheinlich gesöhnt und jetzt ich habe jetzt auch schon was gekauft ich weiß nicht wie viel zusammenkommen wird da wird es entweder ein haul geben oder ich mache am ende dieser ganzen vlogs ein haul mal sehen jetzt sind wir erst mal am anfang und jetzt wollte ich noch mal in einen laden reingehen ich werde gerade fotografiert da erwischt ja gut